Peace Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder dabei, indem wir... Bro, Noobs fahr? Apple? Wir sind gut dabei, Leute. Keine Ahnung, ich bin drauf gekommen. Die haben es echt nicht gecheckt, dass ich nicht kriminell bin. Ich glaube immer noch nicht. Gebe dir was? Gebe dir Acht gerade. Bro, ihr habt kein Auto mehr. Das war's mit eurem Auto. Das hat er jetzt auch realisiert. Das war's mit dem Auto. Nee, nee, nix da. Nothing. No, no. Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht unbedingt, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Wir sind schon wahrscheinlich noch gleich zum Voidchat-Server oben, Leute. Ihr wisst ja im Titel, was dann abgegangen ist. Können Sie bitte weggehen? Nö, niemals. Dann macht es noch schlimmer. Sehr geil. So, gehen Sie weg. Leute, äh, seht ihr das da oben? Äh, geil. Was ist hier los? So, holen wir noch den Typen von eben. Wo ist er das? Ja, ja. Das ist die falsche. Schade. Das ist auch so ein Auto. So, der könnte es auch sein. CM30. Könnte tatsächlich sein. Schade, Marmelade. Sieht zumindest genauso aus. Halt auch wieder ausgelockt. Also, jetzt muss ich wieder den anderen finden. Mann. Da is er ja. Ey. Macht auch eine richtige Hubshow für mich. Ich bin immer noch nicht kriminell. Ich bin immer noch nicht kriminell. Du hast es immer noch nicht gecheckt. Wie alt bist du? Mein Auto ist kaputt. Ah, schade. Alter, hör auf. Weißt du nicht mehr, wer ich bin? Weißt doch ganz genau, wer ich bin. Ich bin einfach so kreisgefahren. Und bin ihn einfach direkt wieder so. So, Niiiih. Und er hat gerade auf mich geschossen. Und dann Bumm. Äh. Okay, Leute. Wir wechseln jetzt auf einen Boy-Shit-Server. Guck mal. Nur Mist passiert. Ey, danke. Du hast mich richtig gelenkt. Ey, nerf mal jetzt nicht. Nerf mal nicht. Geh weg. Nerf mal nicht. Geh weg. Nerf mal nicht, Ronaldo. Weißt du, wie viele Servers es mittlerweile gibt? War, Leute? Ich glaube, Hardcore ist noch ziemlich tot, oder? Ich bin übersehen. Ich will ein bisschen mehr Action haben. Hier, LP, Boy-Shit. Alles klar. Berg durch. Spiel bitte, LP. Wer sich nicht an die Regeln hält, bitte erinnert. Man, wer kein Boy-Shit hat, wird gebannt, Leute. So sieht's immer aus. Wir gehen rein. Viel Spaß bei diesem Video. Mit einem bisschen verzögerten Intro mit den beiden hier. Oh, wir sind drauf. Hallo. Nix da, hallo. Weiterfahren. Weiterfahren, hab ich gesagt. Weiterfahren, hab ich gesagt. Wissen Sie was? Weiterfahren. Tschüss. Ja, dann fahr ich halt weiter. Bleib hier halt stehen wie eine kleine Katze hier. Katze, Bro, bist du lost? Bist du lost? Hast du mir deinen Skin angeguckt? Lol, Leute. Direkt auf Beef. Ja, wer hat denn? Ja, das weiß ich nicht. Auf einmal stand mein Auto in den Schienen. Können Sie sich das erklären? Ja, ihr Auto wurde geklaut. Haben sie wohl nicht abgeschlossen, wa? Doch, das war abgeschlossen. Aber jemand kann doch keine Autos klauen. Na, der... Also, der Gott beschützt jetzt nicht, dass ihr Auto nicht geklaut wird. Ja, aber guck mal. Ich kann doch jetzt nicht in ein random Auto einfach so einsteigen. Na ja, sie sind ja auch Polizist. Sie brechen ja nicht in ein random Autos ein. Aber es gibt manche, die tun das. Dann wollen wir das als normaler Mensch machen. Ja, auch als normaler Mensch. Ja? Ja. Ja, okay. Dann werde ich normaler. Müssen wir immer abschließen. Ja, was soll. Oh, ihr Feuerwehr-Einsatz. Das geht hier vorne ab. Oh, ihr brennt schon ordentlich. Gut Tag. Hallo? War das Brandstiftung? Noelle. Aua, warum hauen sie mich? Was ist denn mit ihnen? Was ist das denn für ein RP? Sage mal! Anzeige ist raus. Ich möchte Anzeige gegen sie erstatten. Was war das denn? Was war das denn? Anzeige! Noelle ist mein Zeuge. Was soll das denn? Ja, die hat mich einfach getasert ohne Grund. Hier! Serverchef! Anzeige ist raus. Die hat mich hier getasert hier. Einfach ohne Grund. Fettes Fail-RP und haut ab. Hat kein Voice-Shit. Hallo Admin! Junge, was ist das für ein Mist-Server? Leute, geht nicht auf den Server hier. RP Voice-Shit Berke Türk ist der schlechteste Server. Weiter geht's. Boah, Leute, macht mich das sauer, Alter. Wie viel Fail-RP will auf einen Server passieren? Neuer Server, neues Glück, Leute. Hier sieht es schon wieder ein bisschen friedlich aus. FBI. Weil vom FBI. Weil wir müssen erst mal auf jeden Fall unser Motorrad wechseln. Wenn ich will, wieder ein Auto haben. Einmal. Zack. Und... Ei, ei, ei. Was ist denn da vorne los? Hallo? Was ist denn hier los? Hallo? Hier ist ja wieder fettes Fail-RP. Fahren Sie doch weiter hier. Was ist denn hier los? Minjun, so gehört sich das aber nicht hier, ne? Mano, mera, ey. Boah, Leute, wir machen Traktor-RP. Oh, wir müssen tanken, ganz unbedingt. Ja, das kriegen wir noch hin. Tetre-Tee, Tetre. Boah, der schluckt aber ganz schön, Alter. Fast einen Liter schon verbraucht, nur bis zum Weg, äh, dahin. Was ist denn da los, Tier? Ja. Trigger am Vorfahrt. Was ist hier los? Hallo? Hallo? Guten Tag. Oh, ja, ich, äh, ich hab mich sehr wohl. Äh, ja, ich hab mich, äh, angekühlt als Hacker. Äh, ich, äh, ich bin, bin kein Hacker, ich bin, ich bin kein Mensch. War, war, war ganz normaler Spieler. War, es war, es war, es war, es waren keine Anführungen von mir, halt. Er hat mir nur gesagt, dass du ein Hacker bist. Und warum wollte ich nicht nur mit dir reden? Ich hab noch, du, leider keine Rechte. Warum kann ich auch nichts machen? Hm? Wenn, äh, wenn das ein Verdacht der Hacker ist, wenn ich die Hacker war, äh, äh, ich, ich, ich. Ich hab keine Rechte, noch nichts dazu. Was, was hab ich denn als Hacker gemacht, hä? Was hab ich als Hacker gemacht, hä? Ähm, so, was, äh, äh, warum hast du denn einen Noop-Account, wenn du kein Hacker bist? Frank, weißt du, wann man zuhören? Was? Hm? I see you. Erwischt, erwischt. Kannst du hacken? Wer? Ey, verzieh dich mal Apfel. Geh mal weg. Apfel, geh mal weg. Geh weg. Kannst du? Okay, schau mal drauf. Ich weiß, ey, ey, welchen Account, über welchen Namen, oder was? Kannst du hacken? Du hast doch, warte, gesagt, mit einem Namen oder so, ne? Nein, ich hab gesagt, dass du einen Noop-Account hast, wegen dem Charakter. Hallo? Bist du noch anwesend? Totes Gespräch. Geh ein bisschen weiter, Leute. Was geht denn da vorne wieder ab hier? Was muss ich denn da mal wieder gucken? Hallo? Hallo? Ist das ja bewegend? Hallo? Was ist hier los? Sag mal, hab ich mal alle Latten am Zaun hier, oder was? Ihr könnt doch nicht mitten auf einer Schnellstraße stehen bleiben hier. Hallo? Hallo? Was ist das wieder für ein Moch-Server? Was ist das wieder für ein Moch-Server? Alter, ohne Witz. Hier geht es auf Hardcore-IP, Leute. Auf dem Server lohnt es sich wenigstens zu gehen. Da weiß man, da passiert nicht so viel Quatsch. So, Leute. Hardcore-IP-Server. Ich bin Farmer. Wo ist meine da? Da ist meine Mikrofone, wenn ich es brauche, Leute. Alter, was kommt da für eine Kolonne? Ich kann ihn aufhalten. Oh, goddammit. Oh, ja doch. Ein bisschen habe ich ihn aufgehalten. Wir schneiden die in den Weg ab. Nicht ganz so viele drauf, aber Verfolgungsjagd klingt interessant. Ich kann halt nur 50 fahren. Ich vermute mal, dass er geradeaus fahren wird. Ich höre die Sirenen auch noch. Ich kann nicht ihm entgegenkommen. Als ob. Leute, ich bin Profi, was das angeht. Oh, mein Gott. Das hat ja gar nichts gemacht. Er hat mich einfach als Rampe benutzt. Hä? Digga, Leute. Ich wusste genau, wo er hinfährt. Aber was die für einen Weg gemacht haben in der Zeit, wo ich dann nur hier lang gefahren bin. Weil die sind runtergefahren. Das brauche ich nicht versuchen, Leute. Okay, nächster Einsatz für uns als Traktorfahrer. Ja, Polizei. Wir gucken, ob da irgendwas ist. Das ist ja wahrscheinlich noch auch mit 20 Leuten relativ. Tief versteckte Sachen zu haben. Oh, was tun sie denn da? Guten Tag. Ja, hey. Irgendwas trinken sie denn da? Kann nicht reden. Keine Stimmbänder. Gut. Okay, okay, Leute. Hm. Auch hier der Server ist tot Leute, ich spiele gerade um 13.30 Uhr an dem Sonntag, ist doch eigentlich Primetime für Server oder nicht? Check ich nicht, stirbt der P langsam aus Leute, ist das Türke, ne, geh mal rein. Wir sind drauf, ich hab in der Folge glaube ich 5 Server durch, aber so testen wir gleich mal einfach, wie die Qualität, wie ist die Notruf Hamburg Qualität wirklich in Voice-Shirt-Servern und in Hardcore-RP-Servern. Die, die es ernst meinen, sind definitiv zu wenig, die, die es nicht ernst meinen, sind definitiv zu viele und das auch gerade auf so welchen Servern finde ich, aber nun gut, wir machen das Beste draus, denke ich mal irgendwie, da flüchtet schon jemand von der Polizei, mit nem Roller, hm, was ist hier los? Eigentlich ist der Rollerfahrer daran schuld gewesen hier, mit der Pedale aus. Oh, voll verschluckt gerade, wollte gerade was schreien zu ihm, wollte ich wegmachen ey. Oh, Entschuldigung Leute, wir haben noch ein bisschen erkältet, boah. Boah. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne einen Kredit aufnehmen, geht das bei Ihnen? Ich arbeite hier nicht. Hab ich. Was machen Sie denn hinterm Tresen? Security. Jawohl. Security. Ich verstehe, ich verstehe. Kann man sich ausrauben? Nein. Ey, Walter White, Mann. Machen Sie mal erstmal die Hände hoch, sofort. Ist doch, machen Sie die Hände hoch. Hä, bist du dumm? Kannst du ja nicht einfach den Taser ziehen. Ich muss ihn jetzt offline. Ja, fettes Fail-RP, was du hier machst gerade. Willst Security sein, dann machst Fail-RP. Ich wollte die offline. Du musst deine Hände hochmachen, wenn jemand eine Waffe auf dich zieht, musst du deine Hände hochmachen. Ja, egal, wenn du offline gehst, dann gehen wir offline. Hallo, hör mal auf die Flanke und freinge dich offline Sehen. Ich kann die Mode offline sehen. Ey? Geh' mir zusammen. Gib ihm, gib ihm. Ich bin doch nicht freund. Nein. Aha. Hey, nicht beleidigen, das ist nicht kinderfreundlich für YouTube. Aha. Nicht beleidigen. Aha. Ja, komm nicht mal. Okay. 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 Ey, 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 Jungs, 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 Jungs! Ey Jungs, Jungs dürfe sie mal her! Gut, Tag! Schööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Was ist denn hier los? Bleiben sie bald draußen schön, würde ich behaupten. Warum bist du so dünn? Warum bist du so dünn, Digga? Ey, ist das hier Bodyshaming oder was? Ist das jetzt hier mies Bodyshaming? Ja, 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 noch schlimmer hier. Schazard, Mann, das macht man nicht. Seid ihr Atmen? Ich habe keinen Damm geschlagen. Ja. Seid ihr Atmen, Leute? Ja. Ja, ja, ich bin Atmen. Ja? Ja. Kriegt euch alle Bannen hier. Hast du auch in Wirklichkeit schwarzer Ritter-Skin oder hast du hier nur? Was ist das für ein F-H-P? Junge, ich habe heute noch nicht ein normales F-H-P erlebt. Wie haut man das aus? Ist das das erste Mal in Hamburg? Ja. Ja, man braucht eine Bombe. Aber du hast wahrscheinlich keine dabei, oder? Nee, ich kaufe mir jetzt durch eine. Ja, laufen wir mal Dealer. Was willst du, Junge? Was willst du? Was willst du? Junge, wie? Wie, Junge, wie? 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 Ich weiß nicht. Die haben uns geschlagen. Ey, was ist hier los? Ey! Ich habe die Taser! Junge, keine Beleidigung hier. Bleiben sie stehen, sagt er. Ey, hast du ein Auto hier? Ja, ich habe es. Ey, ich habe dir geschickt. Ich habe dir geschickt. Ey, was hast du mir geschickt? Ach so, was ist das? Ich habe nur noch Nachrichten. Weil ich ich habe schon im Klappenmethoden다. Ey, ich habe dich gelegt. Ahhhh. Finja. Ey, nehme isch mit. Nimm isch mit, Bratan. Nimm isch mit, Bratan. пример. Ey. Oh, wie geil. Ist dein erster Tag hier in Notruf Hamburg so? Ja. Wird gut. Ich mach mal kurz ab, Modi. Leute, checkt unbedingt die Beschreibung aus. Da findet ihr meinen Discord-Kanal und alle anderen. Grüße an Walter White, der mit mir jetzt Notruf Hamburg kennengelernt hat. Kannst du mal Loco mit 2 und Notruf Hamburg eingehen auf YouTube. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß. Ciao, ciao, hau rein, Sigi.